4. Dezember 1924. Die erste Funk-Ausstellung in Berlin. Berlin 1924. Die Damen tragen Bubikopf, Fransenkleider und große Broschen. Die Inflation, wo 500 Trillionen Papiermark im Umlauf waren und viele Menschen doch nicht genügend Geld hatten, um auch nur die Butter aufs Brot zu bezahlen, ist gerade vorbei. Der Rundfunk in Berlin, gerade ein Jahr alt. Die Stationen in München, Frankfurt, Hamburg und Leipzig sind erst seit einigen Monaten im Äther. Viele Menschen wie Herbert Antoine, Beauftragte für das Ausstellungswesen bei der Reichsrundfunkgesellschaft, sind fasziniert von der neuen Technik. Stellen Sie sich das vor, ein Mensch sitzt in einem einsamen Zimmer und hört plötzlich aus weiter, weiter Ferne eine Stimme. Das war so ungeheuer beeindruckend für uns damalige Rundfunkleute, dass wir also mit wirklich 100% dem Elan alles anpackten, was damals neu war. Doch manche können dem Rauschen und Knacken aus dem Äther nicht allzu viel abgewinnen. Man gebe einem Baby einen Tag lang nichts zu essen, drehe an der Gaslampe die Luftzufuhr voll auf, bewege die nicht geölte Tür hin und her und trete dem Hund dann und wann auf den Schwanz. So klinge es aus dem Kopfhörer, klagt ein Zeitgenosse. Um zahlende Radiohörer zu gewinnen, zwei Reichsmarkkoste der Spaß im Monat, finden sich Industriehandelpost und Programmveranstalter zusammen, um für das neue Medium zu werben. So macht sich Herbert Antoine daran, die erste große deutsche Funkausstellung aus dem Boden zu stampfen. Ich will Ihnen das kurz schildern. Ich war damals, war ja auf dem ganzen Gelände, wo heute diese Riesenhallen stehen, war ja praktisch nichts. Da waren bloß zwei Automobilausstellungshallen an der einen Seite und dann wurde extra für die Funkausstellung die Funkhalle gebaut. Das Haus der Funkindustrie ist 130 Meter lang und hat eine Ausstellungsfläche von über 7000 Quadratmetern. Die Halle wird aus Holz gebaut, um auch im Inneren den Empfang mit Zimmer- und Rahmenantennen zu ermöglichen. Selbst die Regenrinnen sind durch Holz und die Blitzableiter durch Funkenstrecken unterteilt. Zur Unterhaltung der 114.109 Besucher bauen die Berliner Radiopioniere ihr erstes kleines Sendestudio auf der Funkausstellung originalgetreu wieder auf. Die Wände der nachgebauten Dachkammer werden mit Krepppapier verkleidet, wegen der Akustik, Wolldecken und Scheuertücher trennen das Studio von der Technik. Das Mikrofon steht auf zwei dicken Berliner Adressbüchern. Das kam damals gut an, denn anders als heute, wo die Industrie mit Vorführungen, Animationen und aufgedrehten Lautsprechern einen Höllenlärm verbreitet, üben sich die damaligen 404 Aussteller in vornehmer Zurückhaltung. Jeder Stand der Industrie, die da vertreten war, hatte hinten eine Koje. Und es wurde also dann, wenn vorgeführt wurde, wurden die Betreffenden in die Koje gebeten. Da wurde ihnen also nun das Gerät oder was da war vorgeführt. Obwohl das Radio gerade mal ein Jahr alt ist, haben die Aussteller der ersten großen deutschen Funkausstellung schon einiges zu bieten. Ein Gerät der Firma Seibt mit vier großen Röhren, die wie Glühbirnen leuchten, erlauben sogar Europaempfang, sofern man acht Regler Millimeter genau zu steuern weiß. Gleiches verspricht der Neutrodanexportempfänger. Löwe hat eine Sparröhre entwickelt und die Deutsche Radio Fohn offeriert den ersten Reiseempfänger. Ein schlichtes Einröhrengerät kostet mit Rückkopplung 33 Mark. Die Detektorgeräte, bei denen eine feine von einer Feder geführte Nadel auf einen Kristall aufgesetzt wird, gibt es für die Hälfte. Doch auch das war für viele Menschen unbezahlbar. Billiger war selber bauen, erinnert sich Herbert Antoine. Das war ein unwahrscheinliches Interesse von sogenannten Bastlern. Damals entstanden also die sogenannten Bastlerverbände, die nun alle Leute gewissermaßen mit der Technik überhaupt des Rundfunks vertraut machen, mit dem Empfänger. Die Industrie war ja noch gar nicht so vorbereitet mit all diesen Dingen und so begann das also mit dem berühmten Detektor und dem Kopfhörer. Aber jeder sah sozusagen seinen Ehrgeiz darin, nun mit der Welt irgendwie schon Kontakt zu haben. Das war ja durch den Rundfunk dann die erste große Möglichkeit. Die erste große deutsche Funkausstellung ist ein riesiger Erfolg. Weitere Folgen. 1926 wird der Berliner Funkturm, die kleine Ausgabe des Pariser Eiffelturms, eingeweiht. 1937 werden auf der Funkausstellung erste Versuche mit Farbfernsehen unternommen. Danach ist Schluss mit Lustig und Funkausstellungen. Deutschland bündelt seine Kräfte für den Krieg. Die erste Nachkriegsausstellung findet 1950 in Düsseldorf statt. 1971 dann kehrt die Ausstellung an ihren Geburtsort unter dem Berliner Funkturm zurück.